Willkommen zu unserem YouTube und Facebook Video Blog. Es geht mal wieder um Nissan Fahrzeuge, in diesem Fall ein Nissan 370Z Nismo und es geht wieder um Kamerasysteme. Fahrzeug hat bereits eine Rückfahrkamera montiert. Wir sorgen für die entsprechende Sicht nach vorne. Wie das funktioniert, wie das nachher im Schluss aussieht, das seht ihr gleich. Ja, 60 Minuten später, wir sind durch mit unserer Kameramontage. Sie ist wirklich richtig schön super dezent versteckt beim 370Z. Wenn man jetzt unter das Kennzeichen hier schaut, da sieht man die winzig kleine Kamera. Wir haben sie extra so eingebaut, dass man diese Kante halt noch ein bisschen sieht. Das heißt, wir können natürlich halt auch wieder optimal dicht nach vorne an irgendein Objekt parken, an irgendeinem Auto, Wand, was auch immer. Wie das live aussieht, das zeigen wir euch jetzt gleich, wenn wir draußen sind. Ja, Einbau abgeschlossen, Kamera drin. Hinten war sie ja schon drin, ist die Original Kamera drin. Wie das jetzt genau funktioniert im Fahrzeug, das zeigen wir euch einfach. Das schwenken wir mal um auf das Display. Ihr seht jetzt momentan immer noch die Navigation in der Darstellung. Wenn wir das System aktivieren wollen, legen wir den Rückwärtsgang ein. Ihr seht jetzt das Bild von hinten. Jetzt nehmen wir den Rückwärtsgang wieder raus. Jetzt seht ihr das Bild von vorn. Rückwärtsgang wieder rein. Bild von hinten. Rückwärtsgang raus. Bild von vorn. Das Ganze funktioniert auch mit den dynamischen Linien. Ja, also lenkt ihr rechts, geht es nach rechts. Lenkt ihr links, geht es nach links. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, wie geht diese Kameradarstellung wieder weg? Das passiert nach 25 Sekunden vollautomatisch. Das heißt, wenn ihr den Rückwärtsgang nicht wieder eingelegt habt, schaltet das Bild halt automatisch wieder in die jeweils letzte Darstellung zurück. Das heißt, auch in dem Fall, genauso wie beim GT-R, keine zusätzlichen Knöpfe. Alles eine vollautomatische Technik. Ihr braucht euch also um nichts kümmern. Alles ist gut. Läuft schon die Aufnahme. Ja, Take 2. Aufgrund einer technischen Schwierigkeit mit unserer Kameraanlage müssen wir das alles jetzt nochmal machen. Ich bin auch stark gefühlig, schneiden das nicht raus als Tribut an die Leistung der Regie. Ja, ein Kamerakit ist drin und ab jetzt darf der Tino ein bisschen was darüber erzählen. Ja, ihr habt gesehen, wo es verbaut wird, wie es verbaut wird und wie es letztendlich im Fahrzeug selber aussieht. Die große Frage bleibt natürlich noch im Raum stehen. Was kostet der ganze Spaß? Björn, das kannst du beantworten. Ja, Preis kennt ihr ja im Grunde schon von den anderen Kits. Wir werden bei 399 Euro wieder für das Front-Kit liegen. Aus bekannten Gründen, das ist halt ein relativ hoher Materialaufwand halt bei dem Kit halt dabei. Dafür haben wir natürlich halt diesen Bonus für euch, dass wir keine Schalter haben im Fahrzeug. Das heißt, es ist eine vollautomatisierte Geschichte. Kleine Erwähnung nochmal am Rande bezüglich des Kabelsatzes, wenn ihr das kombinieren wollt mit einer Original-Rückfahrkamera, so wie wir das jetzt hier in dem Fahrzeug gemacht haben. Ihr braucht einen zusätzlichen Kabelsatz. Hat einfach den Hintergrund, dass das Kit selber natürlich erstmal gebaut ist für die Variante Aftermarket-Rückfahrkamera vorhanden oder gar keine Rückfahrkamera vorhanden. Und dann möchten wir jetzt halt nicht diesen Kabelsatz halt dabei legen, weil genau die Jungs das natürlich dann halt auch alle quasi umsonst bezahlen würden. Das heißt, alle Leute unter euch, die bereits die Original-Rückfahrkamera haben, brauchen diesen Zusatz-Kabelsatz. Genau, das wird im Shop halt, sag ich mal, als Auswahl dann stattfinden. Ist preislich ein Aufpreis von 20 Euro, wird das sein? Ja, so eine Größenordnung. Das werdet ihr dann halt die Tage sehen. Da wird es wahrscheinlich auch im Shop eine Auswahlvariante geben, sodass ihr das Kit im Grunde gar nicht erst falsch bestellen könnt. Ja, das an diesem Punkt. Kleine Erwähnung nochmal am Rande. Für alle Leute, die sagen, 20 Sekunden Kamerabild, das ist mir zu lang. Ich parke in fünf Sekunden ein und aus. Oder für alle Leute, die sagen, 20 Sekunden sind viel zu wenig. Ja, ich brauche die doppelte Zeit. Das ist kein fixer Wert. Also ihr könnt das variabel verändern. Ihr habt die Möglichkeit, das zwischen zwei Sekunden und 120 Sekunden halt euch einzustellen. Je nachdem, wie lange ihr das braucht. Also auch da haben wir halt einfach ein paar Möglichkeiten für euch nochmal offen gelassen, für alle Leute, die da gerne ein bisschen rumprobieren wollen. Ja, ich habe noch eine kleine Erwähnung und zwar könnt ihr die Kamerakits, also ist jetzt egal, ob es Rückfahrkamera, Frontfahrkamera für 370, für GTR ist, auch bei eurem Nissan Händler bestellen. Wir haben bereits Kontakt aufgenommen mit allen High Performance Centern. Das heißt, ihr könnt euer Fahrzeug dort abgeben. Die Kamerasysteme werden dort vor Ort verbaut. Ihr habt entsprechend die Garantie natürlich auch weiterhin und somit gibt es da auch keine Probleme. Ihr habt den Ansprechpartner vor Ort. Ihr müsst nicht ewig weit fahren. Das ist natürlich jetzt für die Leute, die das nicht selber bauen oder basteln möchten, obwohl der Zeitaufwand jetzt nicht riesengroß ist. Aber es gibt ja immer Leute, die zwei linke Hände haben. Die können sich natürlich dann entsprechend an ihren Nissan Händler wählen. Genau. Und für alle, die kein Netz bei linken Händen haben, Einbauaufwand über den Daumen geschossen, 60 Minuten in dem Auto. Da kann man wirklich wenig falsch machen. Kann man ruhig mal probieren. Ja. Dann soll es an dieser Stelle erstmal wieder gewesen sein von uns. Genau. Die Kameras sind wir jetzt eigentlich durch, glaube ich. Ja, wir haben 370Z haben wir komplett gemacht. GTR haben wir komplett gemacht. Ja. Und ich denke, was machen wir als nächstes? Also wir haben noch eine kleine Information und zwar für alle, ja Unternehmer vielleicht unter euch, die ein Nissan NV innehaben. Da sind wir gerade dabei, halt ein Rückfahrkamerasystem mit Navi-Einheit und, was haben wir noch, GPS-Ortungssystem zu integrieren. Das ist halt beim NV ein bisschen schwierig dort. Das originale Navi ist halt nicht so schön gemacht. Zurückfahrkamera gibt es auch nicht optional beim Händler. Also ein bisschen unübersichtlich ist das Fahrzeug ja schon nach hinten durch den großen Wendekreis. Also wenn ihr da Interesse habt, einfach unter das Video und Kommentar ablassen, dann zeigen wir euch auch natürlich das nochmal. Ja. Es beißt ja keinen. Und alles andere, da müssen wir einfach mal schauen. Also auch so diese Thematiken Nismo Juke, wo du jetzt anfängst, immer mehr zu machen. Ja. Vielleicht gehen wir auch mal in diese Richtung halt ein bisschen rein und schauen einfach mal, was man mit dem Fahrzeug machen könnte. Und ansonsten wieder Aufforderung an euch. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder uns einfach nur sagen wollt, dass wir immer viel zu lange quatschen am Ende der Videos, dann tut das einfach und freuen uns auf eure Kommentare. Genau. Ansonsten Daumen hoch, liken, teilen. Wir freuen uns drüber. So sieht's aus. Bis demnächst.